Also wichtige Entscheidungen möglicherweise in Berlin, in jedem Fall aber in Karlsruhe. Über beides kann ich nun sprechen mit Stefan Thomae, er ist stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Guten Tag in die Hauptstadt. Guten Morgen, Herr Fitschkau. Herr Thomae, Sie haben ja die Beschwerde der FDP gegen die Notbremse mit eingereicht. Da geht es um Kontaktsperren und Schulschließungen. Hätten Sie denn diese Klagen mit dem Kenntnisstand von heute auch eingereicht? Jedenfalls dann, wenn diese Kontaktbeschränkungen, diese Ausgangssperren, diese Schulschließungen heute genauso beschlossen würden, wie sie damals im April diesen Jahres beschlossen worden sind. Wenn Sie mir erlauben, kurz daran zu erinnern, es ging darum, dass zwischen 22 und 5 Uhr pauschale Ausgangsbeschränkungen bestanden oder Kontaktbeschränkungen für mehr als eine Person, ausgenommen Kinder unter 14 Jahren. Was auch heißt, dass zum Beispiel Großeltern nicht gemeinsam die Familie ihrer Enkelkinder besuchen dürfen, sondern die Oma muss am Montag kommen und der Opa am Dienstag. Aber die Zahl der Kontakte wird dadurch ja nicht reduziert. Das ist eine Kontaktbeschränkung, die sinnlos ist. Oder die Ausgangssperren hießen ja, dass jeder am Nachmittag zum Einkaufen gehen muss, wohingegen es vielleicht sogar sinnvoll gewesen wäre, zur Entzerrung der Einkaufszeiten und zur Verkürzung der Schlangen an der Supermarktkette die Einkaufszeiten zu verlängern. Also ich bin nicht kategorisch gegen jegliche sinnvollen Maßnahmen, aber solche Maßnahmen, die sinnlos erscheinen, die wollen wir natürlich weder damals noch heute haben. Jetzt hört man ja aus Berlin, aus der Politik, dass diese hofft, dass es jetzt sozusagen klare Leitplanken aus Karlsruhe gibt. Was ist sozusagen rechtens und was nichts? Geht Ihnen das auch so? Erwarten Sie auch solche ganz detailliert beschriebenen Vorgaben? Dass sich das Bundesverfassungsgericht doch ziemlich lange Zeit gelassen hat, aber gerade jetzt zum jetzigen Zeitpunkt unter Verzicht auf eine mündliche Verhandlung eine Entscheidung heute verkünden wird, deutet darauf hin, dass man sich sehr wohl Gedanken darüber gemacht hat, welche Maßnahmen auch in der Zukunft, also nicht im Rückblick auf den damaligen gesetzgeberischen Stand, die Bundesnotbremse vom April, sondern eben auch in der Zukunft möglich ist. Und das wird uns sicherlich bei der Diskussion auch eine Leitplanke sein, vielleicht eine Obergrenze markieren, worüber hinaus man nicht gehen kann, aber alles darunter wird dann jedenfalls verfassungsrechtlich denkbar sein und dabei muss sich dann die Diskussion erstrecken. Und deswegen erhoffe ich mir in der Tat eine gewisse Leitlinie, eine Obergrenze, eine Leitplanke für die Diskussion, die wir in den nächsten Tagen, Wochen und auch Monaten zu führen haben werden. Ja, wie diese Leitplanken aussehen, werden wir dann ja gleich in rund einer Viertelstunde erfahren. Kommen wir zu dem anderen wichtigen Ereignis in Berlin. Die Ampel wollte ja eigentlich, dass die Corona-Maßnahmen eher regional verhängt werden und die Entscheidungen bei den Ländern bleiben. Nun gibt es heute doch ein Bund-Länder-Treffen zur möglichen Koordinierung. Warum haben Sie Ihre Linie verlassen? Ich halte es weiterhin für richtig, dass wir da, wo man differenzieren kann, auch differenzieren sollte. Warum soll in Helgoland etwas gelten, was ausgelöst wurde durch ein Infektionsgeschehen in Berchtesgaden? Also wir haben eben eine große Fläche, wir haben eine Nord-Süd-Ausdehnung des Landes von rund 1000 Kilometern. Da kann man nicht immer alles über einen Kamm scheren von der Nordsee zu den Alpen und vom Rhein bis zur Oder. Manchmal ist es möglich, sogar einrichtungsgenau auf bestimmte Betriebe oder Einrichtungen hin Maßnahmen zu beschränken. Und manchmal muss man flächig vorgehen. Das ist nicht immer gleich. Und deswegen ist es schwer, jemandem, ich verwende das Beispiel, nochmal auf Helgoland begreiflich zu machen, weshalb er Maßnahmen dulden muss, wenn in Berchtesgaden ein Ausbruchsgeschehen feststellbar ist. Aber auf Helgoland werden keine Fußballspiele mit 50.000 Zuschauern abgehalten. Sollte man da heute und in ähnlichen Fällen einheitliche Regeln auf der Ebene der Ministerpräsidenten mit dem Kanzleramt verabreden? Also gewisse Großveranstaltungen, wie die von Ihnen jetzt gerade angesprochenen Fußballspiele, das ist schon etwas, was man sich genauer ansehen muss. Was muss das denn sein? Man muss ja nicht zu Geisterspielen greifen, aber man kann ja überlegen, ob man einfach die Zahl der Zuschauer mit Abständen auch in Fußballstadien begrenzt. Es kommt darauf an, immer das mildeste Mittel zu wählen. Manche wollen immer gleich zum härtesten Mittel greifen. Das kann ich vielleicht sogar emotional noch nachvollziehen. Aber rechtlich müssen wir uns das mildeste Mittel überlegen. Und das kann eben ein regional beschränktes Vorgehen sein. Oder eben, dass wir überlegen, ob wir vielleicht nicht ganze Fußballspiele sperren und zu Geisterspielen machen. Aber die Zahl der Zuschauer begrenzen. Also das ist die Maßgabe, das geeignete und angemessene Mittel zu ergreifen und immer das mildeste Mittel anzuwenden, das aber noch wirksam ist. Bei der Impfquote kommen wir offenbar mit den mildesten Mitteln nicht mehr weiter. Obwohl ja der Impfstoff zur Verfügung steht in ausreichendem Maße, liegt die Impfquote in Deutschland nur bei 68,4 Prozent. Die FDP hat ja die Impfpflicht bisher abgelehnt. Nun schlägt Marco Buschmann, der designierte Justizminister vor, diese, also die Impfpflicht zur Abstimmung im Bundestag freizugeben. Warum sagen Sie denn nicht einfach, die Impfpflicht auszuschließen war ein Fehler, Herr Tomei? Es kommt darauf an, wann und unter welchen Voraussetzungen eine Diskussion führt. Im Sommer diesen Jahres hatten alle, auch ich persönlich, die Hoffnung, dass wir sehr schnell zu einer Impfquote kommen, die es uns erlaubt, im Winter die Dinge wieder freizugeben, die wir alle schätzen und lieben, das Kulturleben, Einkaufen und diegleichen mehr. Leider haben wir diese Impfquote nicht erreicht. Und deswegen müssen wir jetzt im Winter eine Diskussion führen, die uns erlaubt, die nächsten Wellen zu brechen. Aber eine Impfpflicht wäre jetzt nicht die Maßnahme, die in diesem Winter noch die vierte Welle bricht. Die Diskussion über die Impfpflicht muss jetzt geführt werden, damit wir gegebenenfalls im späten Winter oder im Frühjahr nächsten Jahres eine Entscheidung treffen können. Und dann muss ja eine Impfpflicht, wenn sie denn kommen sollte, sektoral, also berufsbezogen, tätigkeitsbezogen, einrichtungsbezogen oder gar allgemein, auch die Diskussion wird ja bereits geführt, muss ja auch durchgeführt werden, logistisch. Das heißt, das hilft uns erst im nächsten Winter, im Winter 2022, 2023. Und deswegen sollten wir uns mit aller Ernsthaftigkeit diese Diskussion öffnen, sie öffentlich führen mit Experten in den Fraktionen, in den Parteien, im Deutschen Bundestag, damit auch die Menschen, die noch Vorbehalte haben gegen eine Impfung, sehen, dass wir diese Diskussion ernsthaft unter Einbeziehung alle Argumente und Gegenargumente führen. Zum Schluss noch, Herr Thomae, was hören Sie aus den Ampelfraktionen? Nächste Woche ist ja Sitzungswoche des Deutschen Bundestages. Wird das gerade veränderte Infektionsschutzgesetz noch mal aufgeschnürt und modelliert im Hinblick auf differenzierte, auch möglicherweise strengere Maßnahmen? Ich werde dafür jetzt erst einmal die heutige Entscheidung aus Karlsruhe abzuwarten, in aller Ruhe zu studieren, zu analysieren und daraus die Schlüsse zu ziehen. Was wir nicht wollen, sind Maßnahmen, die übers Knie gebrochen werden, sind Schüsse aus der Hüfte, sondern wir sollten alle Maßnahmen evidenzbasiert auf der Grundlage einer angemessenen, ernsthaften Diskussion treffen. Das erwarte ich auch von unserer künftigen Regierung. Und deswegen kommt es jetzt erst mal darauf an, was wir heute aus Karlsruhe hören werden. Stefan Thomae war das, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion. Ich sage danke für Ihre Zeit und einen interessanten Tag noch nach Berlin.